Der Dachauer Aufstand – der sinnlose Tod aufrichtiger Bürger Nicht nur unter den Heftingen des KZ Dachau, auch in der Zivilbevölkerung von Dachau ging in den Wochen des April 1945 die Angst um. Was passiert mit dem Lager, wenn die Amerikaner Dachau erreichen? Wie wird die SS reagieren? Würden die Wachmannschaften das Konzentrationslager gar in letzter Minute vernichten? Was würden die Sieger in dem Fall mit der deutschen Bevölkerung machen? Ein Kampf um die Stadt und das Konzentrationslager musste unter allen Umständen verhindert werden. Überall bildeten sich deshalb kleine Widerstandsgruppen. Am Morgen des 28. April besetzte ein Trupp Bürger das örtliche Rathaus, um hier auf die Ankunft der Amerikaner zu warten und um Dachau kampflos zu übergeben. Der Einmarsch der Amerikaner verzögerte sich jedoch, sodass es einem Trupp von SS-Leuten nach einem Feuergefecht in der Altstadt gelang, die Aufständischen aufzureiben. Den meisten beteiligten Bürgern gelang die Flucht. Sechs Männer wurden jedoch von der SS ergriffen und kurz nach ihrer Festnahme vor dem Sparkassengebäude standrechtlich erschossen. In Erinnerung an den Aufstand wurde der Platz an der Stadt Linde im November 1946 umbenannt in Widerstandsplatz. Neben dem Eingang zur Gemäldegalerie findet sich eine Gedenktafel mit dem Namen der Ermordeten. Die gemälde ist die Minderung des großen Waldseuers, um hier auf die Welt zu sprechen. Die Hände sind die Gedenktafel mit dem Namen der Hilfe an der Stadt Linde im November-Stand. Die Gedenktafel-Beatrichtung der Hände in Widerstandsbasen. Die Gedenktafel-Beatrichtung der Spannungsgeber-Widerstandsitzelung. Untertitelung des ZDF, 2020